ja ja das Level kennt man ja wohl wieder ja das ist wieder bebe Rusty Click Lockwood? stand das da? hast du die zweite? das musst du in meiner Wiederholung können das letzte hab ich leider auch nicht gelesen aber ok Zeit Time Attack hoffentlich nicht das was ich ja ja ich glaub das hast du grade im Kopf gehabt oder? besiege sie die Zeit ist her oh shit ja sonst nimmst du goldene Federn wenns zu knapp wird ne oh du bist aber auch krass drauf ey ja ist klar ey ich muss warten ne ja nicht dass du hier noch mehr Leben wastest ey kannst auch goldene Federn benutzen wie denn? mit äh C rechts also nach rechts drücken genau ich mein wir brauchen die denk ich immer eh nicht mehr ja das stimmt eh die 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 du kannst loslassen ja hab ich schon das sieht cool aus das war gut ja aber ich hab Leben gewastet das war nicht gut ja egal wir haben nun ja die Frage machen wir für das Leben kriegen wir hin ne? die das war nicht da drin als es war ganz zwei scheiße was war nicht da drin ein extra Leben es war ein kleineres dann ein kleineres dann ein kleineres und dann ein kleineres und dann und oh hinten ist auch noch ein Leben oder? da wäre noch ein Ton den wir nehmen können war doch keins? ne ich dachte naja gut ist das joker? wenn man zu sehr raucht man immer einen joker braucht achso toll ja brauchen wir eh ne äh holen wir den? ja go komm wir riskieren's no risk no fun man ok das ist unser motto welche Aktion der freche Vogel bringt wenn die ja toll Gummistiefel wir haben das Spiel zu oft gespielt als dass wir das nicht wüssten ne ja wir sind die besten wir kennen dieses Spiel in und aus wenn oh ja erstmal machen wir weiter ja genau welche Kreatur bringt sich an der Treasure Trove Cove in Position? was heißt das? ein Krabbe ist das eine Krabbe? dieses Ding da was du besiegt hast weißt du dieses wo du reingehst? ja ok von mir aus ich weiß es nicht wenn du keine ganze Nummer bist dann sage mir wo das ist was hier ist hä? äh sieht bisschen aus wie Swamp oder? mal gucken warten wir mal die Antworten nach ich hab keine Ahnung das ist Klick-Klockwood scheiße ist doch falsch alter nerv mich ok das macht nichts machen wir nochmal ich hab das auch nicht erkannt was? oh man doch das ist das äh die Pflanze das ist im Klick-Klockwood ja da packst du doch die Eier rein stimmt was? willst du mich verarschen? alter ey kacke ok jetzt müssen wir uns mal mischen und konzentrieren was? scheiße das könnte in der Pyramide sein oder? gucken ist es dabei? ne ist nicht mal dabei ich weiß es nicht was ist Klankers Cavern überhaupt? das ist das dritte Level ey scheiße vorher noch richtig rumgeprallt ja die sind die Best ok pst 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 ich kenn den Ton aber du hast keine Ahnung? ich weiß es instant ey wusstest du das nicht? ne also ich fand das oh ne das wurde das nicht ne 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 ok da jetzt das inklusive Bilderrat hehehe ok ja das ist einfach ja das ist einfach ja das ist einfach Fri-Zi-Zi-Peak Zi-Zi-Zi-Zi-Zi-Peak hm aber die anderen waren ja echt schön ey vor allem das letzte scheiße ja was bringt der Joker? ja soll ich den unten mal aktivieren? ja machen wir einfach ach dann können wir bestimmt ein Feld skitten ach ja dann nehmen wir so nen Grund Hill dafür ja auf jeden Fall ey das ist gut ey dann können wir uns das Leben auch noch holen weil die ne blaue welche Aktion der freche Vogel bringt wenn diese das ist leicht du 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 ja wie gut ich bin oder? oh ne scheiß der Turnschuhlauf ey oh man ey wie gut ich bin man ja hä hä der oder was hä 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 wieso heißt das Wuckepack-lauf jetzt haben wir zwei oh voll geil dann können wir beide grund hilders drücke b und den joker zu nutzen die beiden hier oder ich glaube da hinten sind da sind noch so viele toten köpfe da sollten wir eins geben aber den hier skippen ja und dann machen wir die hier sage mir nur welche zeit zeigt die welt und das gesicht der uhr drei uhr diesen glaubt ja ich glaube auch das entweder mitternacht kommt schon ja oh gott wenn ihr mal nicht wissen was ihr antworten sollten die antwort die am meisten mit details hat das ist meistens dann die richtige egal welches wird die willst du machen jetzt hier ja irgendwie schon weil ja das machte alter tod gott hilder tod er 0 tue ich fast nie doch wenn dann wohl mit welchem wie hat war das richtig schimmer das war nicht richtig mit der kub war was nicht ich würde totenkopf vermuten ja hier ist ja auch geil das können wir ein spiel machen rate schnell und sei nicht backen wer gibt von sich die klappen ich weiß es ist die kröte oder ja gut die gute kröte schildkröte alter ist es tipptopp ja tipptopp hieß es ja nämlich bei donkey kong rei äh diddy kong racing die die kong racing nein orte teil mit dem bitte nicht die die ich denke ja das ist so was muss man eingeben den namen spiels rückwärts schreibt du warst auf die schwechereide bitte sei an der wand ok e i du sagst an ok z z z z z a ja k e e ne o ups tschuldigung o tschuldigung wo ist denn noch ein o hier ey j Oh ja! N A und das B jetzt Wo ist es? Ganz vorne am Eingang, das schaffst du noch Jawoll In 15 Sekunden ist natürlich ein bisschen knapp, aber Hätte ich es nicht geschafft, wenn du nicht gesagt hättest, was ich machen sollte Wollen wir hier Dings? Ich hab schon Bock das zu holen Aber wenn es wieder so ne Unmöglichen sind, ey Das ist egal, mach einfach mal Ich will mal wissen, wo wir noch einen Joker kriegen können Ja, da gehen wir nicht hin Der ist zu schwer Wegen den ganzen Des-Fragen da gleich, ne? Na da müssen wir auch zu weit von entfernen Wir kriegen keinen Joker mehr Naja, immerhin haben wir den eingeholt Zum Glück bist du da drauf gekommen, ey Oder wir skippen die Des-Frage bei dem... Guck mal, links Wir skippen die Des-Frage und dann machen wir die Gucken-Frage Weißt du? Meinst du wir kriegen dann zwei Joker? Ja, ich glaub schon Ja, okay Wir gehen einfach mal jetzt davon aus Genau Wenn du kein ganzes Nummer bist, dann sag mir wo das hier ist Und jetzt kommt der Zack! Das ist hier im Klick-Klock-Wood, der Schrank vom Eichhörnchen, hoffe ich doch Stimmt Ich hoffe das ist der Das ergibt Sinn, ja, aber ich hätt's nicht gewusst Ich hätt's überhaupt nicht gewusst Ja, Augen-Joker! Na, das ist erst die Frage, ne? Schaffen wir Action-Spezial ist nach mir ganz wild Was mach ich auf dem Titelbild? In Unterhose posieren Zack! In your face In your face In your fucking face In your fucking face Jawoll, zwei Jetzt können wir die Tod-Frage skippen Ja Entspannt Will sie View-Frage noch machen? Dann kriegen wir noch das eine Leben Nö Wir sind nicht vor Gericht Doch was findet man im Killer von Monster Mansion nicht? Brüssel kriegt man Jinju auch Rotfedernklamm Ja Okay Skippen Skippen Gar keinen Bock auf Tod-Frage, ey Nee, nee Es ist die Fakes, was ist mein Broomtopf so wächst Ich weiß es nicht Nee, ich würd sagen der Baum Ich glaub, es war die Gift-Dornenrose Nochmal, mach mir jetzt keine Zähne Womit putze ich meine Zähne? Ich weiß es nicht Nee Oh Gott, ey Ha, Alter Holen wir das, ja, ne? Ja, weil das View-Ding willst du nicht holen Achso, wir haben ja jetzt eh gewonnen Ja Ist ja scheißegal Jetzt können wir da ja so rüber gehen, ne? Stimmt ja Mir langsam hier das Unheil sparen Das hatte ich nicht eingeplant Ich strebte nur nach dem Gewinn Nichts anderes hatte ich im Sinn Aus diesen Preisen könnt ihr wählen Ich werde die Treppe hinauf mich quälen Mich niemals jemand fangen kann Schaut euch lieber den doofen Abspann an Ja Ja, okay, dann haben wir wohl verloren Die ist uns entkommen Also, Kazooie, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Mich, 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 mich Das bist du Wie wäre das mit diesem komischen Ding? Wir könnten auch Tuti mitnehmen Die meine ich doch Kazooie Banjo, Banjo Können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer genug Die hat doch gar nichts gemacht Ne Ja, klar Lass uns nicht mehr verschwinden doch Achja Jetzt kommt echt der Abspann Oder? Keine Ahnung, Grundhilde Ja 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 Skippen wir den? Weiß ich nicht Wir haben auch immer die Mobs bei Dings angezeigt Die bei Diddy kommen Ja, okay Bei Donkey kommen Das war jetzt nicht so dolle Ja Vielleicht kann man es verschneller Du sagst auch immer Ne, es geht nicht In voll vielen Part sagst du auch das schneide ich raus Oder das verändere ich Aber das machst du dann nie Wo? Bei Diddy kommen irgendwas Ich weiß jetzt nicht genau mehr was das ist, aber Ja, kann sein Aber ich habe schon mal rausgepiept Weil der Spoiler war zu krass Den zweiten Teil spielen wir auch halt gehört Ne Oh Gott Mhm Ja, so schlecht ist der eigentlich auch nicht Weil da gibt es tolle Moves Conquer Der war auch Das erste Level war Fail, oder? Das erste Level? Ja Ja Irgendwie schon Das ist ja echt so minig und Haha, du Brennthilder? Wir haben nicht alle Brennthilders gewunden Haha, weil wir voll viele Fragen nicht mehr wussten Ja Ist doch egal Ja Die Rad, der nicht schwimmen kann, ey Da die Nippa Die haben wir sonst immer mit goldenen Federn Und wandern diesmal ein Geht Geht Es geht Klänker Hä? Warum stehen da eigentlich immer die Texte unten bei? Das sind die Krivets Hast du? Achso Tipptopp, ey Tipptopp Der fährt Rennen mit uns Ja Da ist aber ein bisschen kleiner Ein bisschen Da passt er dann auch ins Auto rein Haha Der ist boggy, ey Der ist richtig boggy Der ist richtig boggy Der kommt im zweiten Teil raus Boah Haha Ja, das tut er Ah, wie du das Na gut Mit Ton hab ich's nicht so Dass du das gleiche erklärt hast Ich spiel auch The Weakest Link bei Warcraft 3 Da wird irgendeine Sounddatei aus Warcraft 3 abgespielt Du musst sagen, welche Einheit das sagt Hab ich... Das kann ich Das mach richtig Laune, ey